Ja, mein Name ist Dagmar van der Giet. Ich arbeite als Fortbildungsreferentin für den Bereich Kindertageseinrichtungen und bin heute hier im Maternushaus, um mich selber noch mal so ein bisschen fit zu machen, auf den Weg zu begeben, was die digitalen Medien anbelangt. Und habe schon sehr viele interessante Impulse und Anregungen erhalten und freue mich jetzt auf die nächste Hälfte des Tages. Und da erwarte ich mir auch noch mal sehr viele interessante Anregungen, die ich dann auch weitergeben kann an Erzieherinnen und andere Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen.